Gold, Kategorie Corporate Publishing und Digital Corporate. 9,58 Sekunden, the world's fastest annual report. Publicis Pixelpark. Puma, eine Marke, die Schnelligkeit in ihren Genen trägt, braucht einen Geschäftsbericht der etwas anderen Art. Den schnellsten Geschäftsbericht der Welt. Er verbindet Fakten mit Markenimage. Während Markenbotschafter Usain Bolt in Weltrekordzeit über die Seiten sprintet, kann der User durch die Inhalte des digitalen Geschäftsberichts navigieren. Mit der perfekten Inszenierung des Unternehmensleitbildes Forever Faster war 9,58 Sekunden das Highlight auf der Puma-Hauptversammlung und Talkabout in Fachpresse und sozialen Medien. Der Traffic auf der Website zum Annual Report 2017 stieg drastisch und die durchschnittliche Verweildauer auf der Seite lag bei circa zwei Minuten. служbe justify größtig after meinenivoteren Erhüllung und Aufmerksamkeit. BerHerrgendsen